Hi, ich bin Marie Antoinette und ich bin Sängerin aus Berlin und das ist mein Fanclub. Warum ein Fanclub und wie ist das, was ist das und wofür braucht man das überhaupt? Also, es ist kein Geheimnis, dass Musikschaffende es nicht so leicht haben, in dieser Industrie gesehen zu werden. Wir investieren mit vielen Rollen, die wir pro Tag einnehmen. Wir sind Booker, Promoter, Playlist, Pitcher. Wir konzipieren unsere eigenen Videos, wir schreiben unsere Musik. All das kostet Arbeitszeit, all das kostet Geld. Das, was wir zurückbekommen, zum Beispiel an Revenue bei Streamings, ist noch nicht mal ein Bruchteil davon. Und deswegen gibt es so neue Tools wie den Fanclub und der funktioniert so. So, du und ich, wir sind jetzt direkt connected. Mit zwei Euro im Monat Minimum kannst du mich jeden Monat supporten und dafür kannst du Teil meiner Reise werden. Du kannst mitentscheiden, welche Cover wir nehmen. Du kannst Tickets bekommen für Konzerte. Wir können zusammen Musik anhören, entscheiden, ob die auf die Platte kommen soll oder nicht. Wie können wir Mixer entscheiden, Master entscheiden oder Klamotten für Shootings oder ihr könnt Ideen reingeben für Videodrehs und so weiter und so fort. Stöbert doch mal rum, guckt euch mal um. Ich würde mich total über eure Unterstützung freuen. Lasst es uns ausprobieren. Schönen Tag. Tschüss.